willkommen zu einer neuen folge von serf forest hallo da liegt ein stein sehr schön noch mal ein stein bisschen aus noch mal ein stein ich baue mir jetzt guck mal jetzt pass auf rockbag wie geht das eigentlich ja das ist halt das problem was ich auch versuch gerade rauszufinden also rope braucht man schon mal also zweimal rope dann kann man stickbag normal rupt dann ist rockbag aber da braucht man noch irgendwas vielleicht irgendwelche was nicht mehr ah nein okay 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 ich habe es also ich habe jetzt zwei euro zwei kleidung und dann braucht man wahrscheinlich noch sticks oder so oder nur rabbit das kann ich mir fast am ehesten denken weißt du wie ich meine denn die zwei ich hier fast dass es ein bitte nein 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 oder ich glaube auch hast du es braucht man hast du es und ich habe vorhin gerade ein erlegt man braucht glaube ich zwei oder drei das kann es doch jetzt nicht sein oder wir brauchen müssen irgendwie unsere kulte steine sind wieder da die kommt immer wieder glaube ich die sind alle steine wieder da ist ja geil ja das kannst du nicht zu ende bringen das nervt mich es geht nicht ich komme nicht in diese ecke rein man braucht echt für jeden scheiß die scheiß hasenfälle wieso denn hasenfälle die entwickler mobben uns ja es ist wirklich so wir sollten vielleicht mehr fallen bauen irgendwo in der gegend ja aber wir haben ja diesen hasensteller die produzieren sich nicht weiter ja ich glaube ich glaube das funktioniert irgendwie nicht ich weiß nicht ob das so gewollt ist ja genau das ist ja dann die frage wozu ist es dann da ne ich würde es nur mit dem dritten hasen einfach versuchen einfach so viele hasen rein stopfen wie es geht und dann ja und dann geht es vielleicht irgendwann mal das problem ist die muss ja auch erst mal fangen ja das ist ja das problem wir haben seit ewigkeiten keinen scheiß hasen mehr kunden meine fresse es wäre mal interessant ob das dann wirklich was bringt gegen die großen mutanten dann die kleinen scheiß dinger da welch kleinen scheiß dinger ach so du meinst jetzt die sperre da ja was wir da bauen ja schon cool wenn sie dann die mauer nicht mehr kaputt machen würden oder wenigstens dadurch richtig schaden nehmen ist ja auch geil das wird du ja was ist mit dem reh los ich krieg das aber auch nicht mich in die ball der jetzt sagte ich warum sind doch voll viel rehe vor unserer tür komisch ja was nicht kaputt ja ich hab grad das rea legt kann sein dass ich ein bisschen die tür beschädigt habe aber ja hast du ja mei dann reparier die halt schnell ich habe kein ding mehr kein harz mehr die kleinen steine die nerven mich zu dermaßen echt diesen kacke ich nehme die ganze zeit auf und bringen mir nichts ja die wird zwei gespawnt also die steine die steine die gespawnt noch 30 sekunden oder so wieder müssen wir gar nicht viel weit laufen wie eine spinne mitten am strand das ist immer so eine spinne gesehen nein immer noch nicht so plant ich muss mal schnell war aus und stick weg wäre schon geile immer diese verdammten hasen ich mag keine hause ich auch nicht wir müssen eine stelle suchen von mir ist wenn die weiter weg ist okay aber da wo wir es ganz viele hasen fallen bauen und dann erst wenn man irgendwo hasen sind dann bauen wir da erst mal keine hasen fallen geht es dafür kann mal 33 stück oder so läuft das ganz normal auch ein bisschen auseinanders sein aber irgendwie das ist immer richtig hause eben dass man wenn man so mal eine survival tour macht wieder dass man aber schnell vorbeiguckt und vielleicht mal zwei oder drei mit nimmt das wäre echt hammer ja gut aber muss halt da wieder ein bisschen weit laufen oder bis man den haus wieder in diesem ding drinnen hat ja das stimmt auch wieder den kannst du nicht so einsteigen ja gut aber manchmal kannst du ja dann direkt das feld mitnehmen wenn du ihn direkt dann erschlägst oder so ja 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 gut ja eigentlich brauchen wir das feld ja das ist sehr wichtig dass die steine da ganze zeit und das ist geil das taugt man das ist doch nicht so schlimm mit den steinen ja das finde ich sehr gut zum survival bin ach da hast du alle steine schon hingetraut ist noch ein stein nein jetzt sehe ich eine spinne echt weil er ist sie eklig ja eben die sind voll groß ne und voll kann man nicht töten die kannst du nicht triffst du nicht vielleicht irgendwie das gift dann raus zu könnten das wäre aber gift gibt es da wirklich irgendwie aber ich glaube aus bären und so ja genau warum falls ihr euch gerade denkt warum wir nicht mehr schlafen gehen also wir haben machen kann absicht ein bisschen die nacht durch um zu gucken ob jetzt große mutanten kommen oder nur kleine oder vielleicht sogar gar nichts bis jetzt sieht es ja aus als wird kaum was kommen gar nichts irgendwie ich bin mir auch aber auch nie schlüssig ne oh mein ist halt jetzt fertig ob die bombe wirklich was ob die da wirklich rein laufen also beziehungsweise okay die stelle das ist halt dort wenn es halt wirklich ist ja wahrscheinlich auch ja ein bisschen und die stelle ist halt direkt so am eingang wo sie kommen könnten und vor allem am strand und so das ist glaube ich noch gar nicht mal so blöd noch ein paar die moni würde ich gerne mal setzen habe ich noch ein paar monathofs alkohol hat mir eigentlich genug der alkohol habe ich genug wird man überall wieder ach ein stein noch ich baue dir jetzt eine molotow hin okay und bitte laufen wir nicht rein okay aber zwar ist halt nicht mitten in den weg wo man dann immer silber rein laufen könnte ja aber da laufen halt auch die viecher rein ich würde es direkt hier am strand bauen weißt du okay ja weil sonst nützt er nichts weißt du hier so das was ich mein aber in der nacht sieht man die glaube ich gar nicht so gut vielleicht sollte man die mollys ein bisschen eher an die wände setzen weißt du wenn sie dann an die wände wollen weißt du ich mein aber da sind doch eigentlich die spikes sag ich mal schlecht ja und die davor dann kriegen sie feuer des bikes und dann kommen nicht dass das feuer dann unsere mauerung kaputt macht das weiß ich nicht ich setze mal hier eine hier sind wir kaum warte hier hier ist ganz gut so ein bisschen nah und dann zack hier schau her ah nein das war jetzt der verkehrte nee das ist schon der richtige ein stick brauche ich echt ein stick tatsache ein stick wo das sind bären sehr schön das ist gerade recht so ich esse einfach trotzdem zack also bei mir sind alle blauen die kommen essen also ich würde da nicht hä irgendwie ist es doch habe ich jetzt ist ein wachs ist weil ich sehe gar nicht wo hier sticks sind nach das ist dick so auch jetzt ein weiteres ding fertig das wird wieder hell also die nacht war gar nichts also nicht aber da hinten läuft schon wieder eine jahre laufen habe ich auch mal so hier ist eine mollinie richtig versteckt bitte läuft da nicht rein okay statt dass du nicht blinken versteckt sehr gut also von der seite sind wir echt ein bisschen abgesichert jetzt dann will ich sagen es kommt schon auf der seite fünf mutanten mauer kaputt wir tot du bist immer noch nicht fertig mit einer seite was ist denn ich brauchst du bist dir was das gehört ich nicht also ja gut wenn da die sounds ein bisschen für jeden eigen sind okay das sage ich jetzt mal direkt vor molly ist scheißhase oder ernsthaft bitte hack da nicht drauf so ist auch fertig du bist es fällig wo bist du mir entgegen den ich mir na gut dann dieses bikes noch auf der anderen seite bauen die sind geil ich habe nie gecheckt wie man die baut wenn die einfach immer rot bei mir war endlich mal blaue bären hier drin ist schon wieder so ein kackstein aber die kleinen spawn auch die ganze zeit man ja die kleinen die könnten sich wirklich auch keine sahen habe es auch nicht rausgefunden für was wieso sind die dinge eigentlich leer ich hab's doch mal genau meine flasche mal wieder auf film das heißt ja hier wir auch noch paar rocks 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 ich glaube da wachsen dann hacken wir die kleine oder zu sticks rollplinter wohl das zeug ist ja auch wieder gespawnt richtig kann man so man kann waffenhalter kommen hier ist wieder alles gespawnt ich mein so von snacks und so sie haben mal laptop da kann man bestimmt was ja richtig schön motherboard so sehr schön töpflein haben wir schon ich glaube ich spawnt jede nacht wieder ne ich speichere mal wenn wir schon mal da sind ich guck mal vielleicht sind hier hasen das wär geil da hinten sind so ein paar eingeborene aber hier könnten hasen sein natürlich sehe ich keinen hasen die schlagen echt schnell so ok hasen habe ich keine gefunden aber ich habe ein paar knochen gefunden lebst du noch nix mehr du bist gerade zu konzentriert ich baue hier gerade eine falle dass du komisch hast ne ich versuche hier gerade weißt du was ich baue das einfach mal so eine blöde volle hin aber ich weiß ja jetzt nicht ist das für menschen hängen jetzt ein mensch dran wahrscheinlich schon ich glaube da kann man ein lebendig fangen aber was bringt es dann ich weiß es nicht vielleicht kann man dann lebendig häuten und das leiden lassen alter was hast du für gedanken man die geht auch nicht ob es nicht ach falsche tasche wieder gedrückt öffnet ich buch danke happy birthday ich baue jetzt einfach so fallen ja aber einfach mal ist ja scheißegal ich gehe mal ein bisschen selber ich gehe nicht zu weit aber ich gucke mal einfach nach hasen weißt du ja die brauchen wir unbedingt oh ja alter Fledermäus ach den spalt da waren wir schon drin ne jetzt habe ich ein scheiß Bein aufgenommen aha kurz ich will den Stick was ist denn jetzt ich gucke dafür mal ein Bein rum achso ne das war ein Totem achso da ist ein Hase sehr schön dann baue ich direkt hier mal eine Falle hin einfach aus oh yeah Stoff einfach aus Prinzip baue ich jetzt hier mal eine Falle hin also deine Lee Falle die war jetzt nix oder wie oder was was war das jetzt ne also für Tiere ist das nix sondern eher gegen Eingeborene das man schnell anzünden kann und dann ja hm laufen sie vielleicht durchs Feuer durch oder so nein deadfall crap soo da ist noch ein schönes großes da ist noch ein schönes großes ach blöden kleine Steine da kurze Zwischenfrage hast du auf die Uhr geschaut? hm hm warte ich habe es leider nicht vergessen ich glaube schon ich glaube wir haben noch 5 Minuten ich bin mir grad nicht sicher ah ja ich weiß ich habe es mir jetzt nicht so richtig gemerkt ja ich habe auch auf die Uhr geguckt gehabt aber ich habe es auch schon wieder so gut wie vergessen so aber ich glaube 5 Minuten haben wir noch ok 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 ah warte ich kriege aber auch die Falle auch nicht zu Ende du denkst immer oh yeah ich bin gleich fertig und dann immer noch welche und dann immer noch welche und dann immer noch welche und dann nicht kann doch nicht sein so eine Falle man oh zwei 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 Damen suchen mich hä wo ist die hin? da komm her bitch ja laufs weg Och immer noch 3 ok eine Falle ist jetzt bereit aber wie genau lol ich habe einen Stein getroffen aber irgendwie habe ich das Gefühl dass das vielleicht doch eine Tierfalle ist was ich hier gerade gebaut habe halt eine ziemlich tödliche aber scheiß Ding gemerkt lol wo kommt die her? die ist gerade vor Augen und durchspielen weil bei der Falle läuft doch kein Mensch rein also kann nicht mal ein eingeborener wäre so doof und dann würde er reinlaufen warte wieso ist das so ein Totenschädel? achso vielleicht sollte man nicht so durchlaufen ja das vielleicht irgendwie komisch ne ich probier jetzt einfach mal verschiedene Fallen aus dann sehen wir ja ob es jetzt für Mensch oder Tier ist also beides hallo schlag nach unten so was machst du eigentlich gerade? brauchst du ganz nett fallen jetzt sowas? ich eine habe ich jetzt erst geschafft aber ich habe zwei baust du Animal Traps? halt wie viele Totems hier einfach sind ja ich baue Animal Traps ok natürlich bin ich wieder ungrig ok passt schon alles gut aber ich weiß jetzt wirklich nicht ob die Falle jetzt wirklich für die Eingeborenen sind oder doch eigentlich wahrscheinlich schon aber ja natürlich ja vielleicht sind sie ja so doof und checken das nicht wahrscheinlich ist es weil du tust ja auch kein Köder da so rein weil wieso sollten die da per Zufall einfach mal da reinlaufen ich verstehe das halt nicht naja ich verstehe so vieles nicht ja es wird halt irgendwie vielleicht sind die Eingeborenen dann so doof oder so oder beziehungsweise theoretisch ist vielleicht gedacht dass du das im Wald irgendwo reinpflanzt weißt du und dann siehst du das nicht so schnell das kann natürlich sein weil das halt auch aus Holz und so ist ja man weiß es nicht ja ich baue es jetzt einfach mal hin und dann sehen wir es ja vielleicht hängt irgendwann mal was dran alter was ist denn das für ne alter die Falle sieht geil aus happy birthday äh lauf aber nicht drunter weil ich glaube da ist so ein Totenschertel das Symbol ich glaube das löst dann aus wenn man selber drunter läuft ja ich glaube es auch aber das ist bei mir noch gar nicht fertig gebaut achso die Falle achso ich hab glaube ich meine es die andere da welche Falle denn noch wo hast du noch ne Falle gebaut da oben direkt auf da oben ach da oben die muss ich mir auch mal angucken ach ist das so ne gleiche ne ne die ist bissl anders huischt alter aber guck ab die Falle ist doch eher für Tiere oder die da die Falle jetzt oder dass da irgend so ein Hase dann durchläuft noch ne ja ich glaube ein Hase kriegt die Stocks nicht weg ja aber so stabil schauen die eigentlich auch nicht aus aber die machen halt Bonnhut glaub ich ja schauen wir ja dann vielleicht können wir irgendwie mal so einen eingeborenen reinlocken oder so naja ja bin ich mal gespannt jetzt haben wir ein paar Fallen wir probieren gerade alles ein bisschen aus ne falls wir wirklich mal sterben sollten ne und ist einfach wirklich dann krass schwer das kann man ja nochmal von vorn anfangen ich mein es jetzt wirklich also und dann wisst man halt vieles und dann geht halt alles auch direkt schneller scheiß jetzt naja aber wir werden ja wir haben ja erstmal eine zweite Chance weil wir äh ja ja komm doch aus dieser Hülle dann raus oder soweit ich das wusste zumal hat er nochmal eine zweite Chance das ist so ne scheiße guck mal jetzt brauche ich ne Falle ne die einmal die Leichen wegbringen naja komm wieder und die Falle ist sogar schon ausgelöst ne ha ha nichts drin hast du zufällig noch drei Seile zufälligerweise nein du nicht doch vier hab ich drei hab ich nicht ich hab vier drei Seile bräuchte wieso ich eigentlich vier Seile hab versteh ich nicht weil ich hab ja 25.000 mal diese Molotow bauen müssen gute Frage ich mein's ja blut hä ich hab doch auch noch drei Robes hä versteh ich nicht ach das sind Baumstämme ach ich bin da huch da steht einer komm mit mir bro ok das heißt hier noch eine oh gut hier baue ich noch eine gut ich werde mir wahrscheinlich nicht merken können wo ich überall diese Fallen hinpflanze aber vielleicht laufen wir mal durch Zufall vorbei und hey cool da haben wir ja noch ne Hasen oder weiß ja nicht oh das ist auch einer naja gut dann nehmen wir die Leiche mal hast du die Leiche von vorn? ne da liegst du ja eine habe ich verbrand eine habe ich reingeschmissen ins Feuer aber eine habe ich glaube ich liegen lassen oh warte komm lauf da rein komm komm lauf in die Falle rein ja 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 und ja sie hängt wer komm her ihih sie ist reingelaufen echt oh oh du dumme 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 Kuh echt eine Kannibalin oder wie ja da siehst du ja drun lebt sie noch die zapfel drum krass die schreit drum ja und was macht man jetzt mit der warte wenn ich dann hingehe da hat man vielleicht was zum spiel die schreit scheiße rum ihih ah ihih aber wir müssen nur dran denken die Folge ist glaube ich jetzt schon zu Ende oder? oh ja warte drei Sticks will ich noch und dann willst du dir jetzt die Falle mal angucken? wir können bei der Falle die Folge band ja bis ich da bin sind auch wieder zehn alter jetzt brauche ich noch ein Stick das kann es noch nicht sein so wie lange wir wohl da rumzappelt und rumschritt kannst du dir eigentlich wieder neu ausrichten dann oder? jetzt ist die Falle schon wieder zu das kann es doch nicht sein ja wahrscheinlich wenn ich wieder das Seil habe dann kann ich das oder ich weiß nicht vielleicht mit den Sticks machen ich brauche noch ein Stick die Falle ist die ganze Zeit zu da ist ein da ist ein da ist ein so ich muss nach Hause ach du scheiße die befreien es nicht wieder brauch Hilfe brauche Hilfe shit 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 bohr alter ich habe keine Ausdauer warte ich ich vier Stück ich brauche ein Snickers oh fuck fünf Stück ich bin da ich bin da warte ich lauf mal zur zweiten Falle mal gucken ob da einer reinläuft ah die bitch kommt wieder magst du in die andere Falle auch noch reinlaufen? äh ja gut die hat nichts gebracht die eine Falle ach du scheiße komm zu dir einen habe ich down so was die Falle eine Falle hat nichts gebracht oder wie? ne also die jetzt quer durchgelaufen drückt nix das ist glaube ich echt eher dann ich sehe ja nichts ich hab da nur einfach in die Menge rein oh schöne viele Knochen ja aber gut hier würde ich beenden oder? achso ja gut die Leichen kann hinwerfen und in der nächsten Folge tun wir mal die ganzen Leichen verbrennen ja danke fürs zuschauen und bis dann tschau